Es ist wieder da! Das bekannte 24-Stunden-Live-Online-Seminar der Wirtschafts-Weiterbildungs-Initiative Wir sind Umsatz! Powered by Sales Leaders. Die vielleicht größte Bildungsveranstaltung Europas ist laut Fachpresse eine der wohl bekanntesten ehrenamtlichen Initiativen der Weiterbildungsbranche und hat Kultstatus erreicht. Viele Fans warten schon auf die sechste Ausgabe des 24-Stunden-Bildungsmarathons, der diesmal pünktlich um 12 Uhr mittags am 11. März bis 12 Uhr mittags am 12. März 2016 laufen wird. Und auch dieses Mal sollten Sie dabei sein. Sie erleben 24 Stunden Non-Stop-Live-Seminare online mit 24 internationalen Vortragsrednern und Fachreferenten. Ein hochkarätiges Programm rund um die Uhr. Praxiswissen, Strategien und Tipps rund um Vertrieb und Verkauf, Selbstführung und Mitarbeiterführung. Weiteres Highlight. Live aus den Vereinigten Staaten sind US-Topspeaker wie Randy Gage dabei. Vortragsredner, die Sie sonst kaum im deutschsprachigen Raum erleben können. Viele renommierte Medienpartner und Sponsoren haben sich der Weiterbildungsinitiative angeschlossen. Profitieren Sie von diesem einzigartigen Weiterbildungstag. Wir sind Umsatz. Powered by Sales Leaders ist ein Charity-Projekt zugunsten der renommierten Laureus Sport for Good Stiftung. Sie unterstützt benachteiligte Jugendliche mit sozialen Sportprojekten. So tun Sie mit Ihrem Teilnehmer-Euro zusätzlich etwas Gutes. Das betont auch Torwart-Legende und Laureus-Botschafter Jens Lehmann, der die Initiative unterstützt. Wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Teilnahme an der Weiterbildungsinitiative. Wir sind Umsatz und in damit verbundenen großzügigen Spenden, die wir an die Kinder weitergeben in unseren Projekten und die Sie damit unterstützen. Melden Sie sich jetzt an, damit Sie am 11. und 12. März 2016 live an Ihrem Computermonitor, Laptop, Tablet oder Smartphone teilnehmen können. www.wir-sind-umsatz.de